Musik Die Bedingungen sind super. Man kann ein bisschen den Puffenschein drauf tun hier am Gletscher. Man kann dann super blau im klassischen Bereich, also Steigwachs auflegen. Und zum Skaten sind es richtig schnee Bedingungen. Und ein bisschen Sonnenschein tut der Seele einfach auch gut. Musik 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 Perfekte Bedingungen hier am Gletscher. 20 cm Neuschnee. Also auch traumhaft zum klassisch laufen. Super Blauwetter, minus 4 Grad. Also was will man mehr? Und wir haben jetzt drei, vier Runden gemacht. Das reicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nach vorne und schauen wir, dass wir noch mal so schöne Skitage erleben. Musik